Da gibt es natürlich mehr Sorgen für eine Mittelfeldspielposition, wie der Experte war. Jetzt schauen wir uns mal die Tabelle an, die sich nach dem gestrigen Spieltag präsentiert. Da haben wir Frankreich ganz vorne vor England, der Ukraine und Schweden. Schweden ist jetzt raus, Olli. Frankreich hat dann da vielleicht ein leichtes Spiel, denn ein Unentschieden reicht.